Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rocket League mit mir, dem Chris und wir haben noch einen anderen Gast heute dabei. Guten Tag. Ja Marcel ist mal wieder dabei. So muss das. Er ist auch ein Profi in dem Spiel, nicht so wie ich. Also. Ich würde jetzt nicht Profi sagen. Aber ihr könnt heute wahrscheinlich ein bisschen mehr Gameplay erwarten als letztes Mal. Naja gut, wir spielen dieses Mal aber auch mit dem Bot. Also gegen Bot. Ja, weil es nur ein Gegner ist. Okay. Dann müssen wir mal warten, vielleicht kommt da noch einer. Oh, du darfst nicht mit nach vorne fahren. Das war richtig scheiße. Ja, warum fährst du noch nach vorne beim Anschluss, wenn ich von der Seite komme und den Ball safe habe. Instant Flame. Wenn du, wenn du im Tor stehst, dann musst du auch im Tor stehen und warten. Ich stand auch gar nicht im Tor. Wo standst du denn? Ich bin drauf losgefahren. Ja, aber ich stand an der Seite. Und von der Seite bist du immer schneller am Ball als vom Tor. Ja, weißt du, wie oft ich das Spiel spiele? Wow. Echt jetzt? Ja. Oh, Brudy. Ja, Mann. Oh, es ist kein Bot mehr dabei, glaube ich, oder? Doch. Ne, doch nicht. Oh, jetzt springt er zur Seite der Ball, Alter. Profis am Berg hier, ey. Ist halt einfach so. Im Meer. Oh, die beiden sind auch nicht gerade viel besser. Alter. Ich nehme mich eigentlich auf. Ich habe dir geholfen gerade, weißt du. Naja. Eigentlich wäre es viel besser, wenn du aufnimmst. Warum? Oh, scheiße, Alter. So kannst du wenigstens filmen, wie ich hier schöne Spielzüge mache. Ja, klar. Oh. Oh, das war gar nicht so schlecht, wenn der den nicht geblockt hätte. Oh. Oh. Ja, das war my bad. Oh, Leute, ey. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das gibt einen Report, Alter. Ja, aber wie kacke der da auch wieder von der Ecke abgesprungen ist, ne? Jetzt verlieren wir das hier auch noch, Alter. Nein. Safe nicht. Oh. Meine Fresse, ey. Das wäre, das wäre das teures Jahres gewesen, Alter. Teures Jahr tausend. Direkt. Oh, Leute, Mann. Was ist das denn? Ja, okay. Jetzt ab. Oh, wow. Wow. Da hat er uns hart gefickt. Muss man ja leider so sagen, ne? Was ne Scheißrunde. Wow. Bist du beim Ball vorbeigefahren? Nein, ich habe mich doch berührt. Warum rammst du mich weg? Ja, nein. Das wäre richtig lustig gewesen. Ne, musst du reinmachen. Okay. Ja, easy. Ich habe jetzt etwas geschafft. Wow, ich habe schon 50 Punkte, ey. Dieses Gameplay. Und dann rein. Easy. Was ist ein Gameplay, ich fahre zum Ball. Ich fahre zum Ball. Hat ja gut geklappt. Na ja, ich habe ihr Geld erst zerstört. Achso, ich dachte, du bist zerstört worden. Boah, Alter, ich will das auch können mit diesem Scheiß springen, Alter. Aber dafür spiele ich das Spiel zu wenig. Oh. Ja, Mann. Easy. Okay. Wieder aufgeholt hier. So muss das. Wie ich da wegfliege. Oh. Oh, shit. Oh, das ist hier ein Unentschieden, ey. Das wird richtig spannend noch zum Schluss. Was heißt zum Schluss? Ja, so lange gehen wir jetzt nicht mehr. Oh, oh. Hat er geblockt. Oh, wie machen die das, Alter? Ich finde, die haben so ein Bot drin, ey, der das alles lenkt für die. Ja, ja. Gibt's das? Gibt's bestimmt. Bestimmt. So ein Scripts oder so ein Spaß. Aber dafür klingt nämlich auch zuwendig aus. Obwohl die Tasten automatisch gedrückt werden. Oh, hast du das gesehen. Mit dem Pfeilnrückstil habe ich da das Tor verteidigt. Oh, fuck. Ich bin unten drunter gesprungen. Wer kommt? Nicht. Nicht. Ich kann den Torwart nicht, ne? Also. Scheiße. Ja, ich merke es. Ich bin eher so der Stürmer. Oh, Mann. Alter, du Spastin. Hätte ich safe rein gemacht. Ja. Ich werde das noch verlieren, ey. Ich weine, ey. Hört man das gerade. Ja, das hört man. Fuck. Also ein bisschen. Hört man das doll. Okay. Muss man auf der Aufnahme nachher gucken. Hast du gerade angerufen, oder was? Ja, mein Vater ruft mich gerade an. Nein. Als ob der so behindert ist. Ja. Als ob nein. Nein. Jetzt geh weg. Geh ins Tor. Nein. 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 Eine Sekunde. Alter. Ich dachte, der haut ihn da ein bisschen schneller und dann noch ein Verdammt, Alter. Egal, ich mach jetzt noch nen Ausgleich. Das ist doch fucking troll. Eine Sekunde davor, Alter. LOL, der wär fast rein! Ich dachte grad echt, der geht rein. Ey, shit, man. Haben wir vielleicht noch ne zweite Folge dran? Ja, okay. Das war's auch schon wieder für den Part. Wir sehen uns das nächste Mal.